Ich würde mich schon zu den Digital Natives zählen. Finde ich einfach interessant, wo die Entwicklung hingeht und da mein Vater auch in der IT-Branche arbeitet, bin ich sehr früh damit in Berührung gekommen und eigentlich wollte ich auch nie irgendwas anderes machen. Ich bin dann nach der 9. Klasse nach dem Gymnasium aufs technische Gymnasium gewechselt, habe dort dann mein Abitur gemacht und direkt danach habe ich mein duales Studium als angewandter Informatiker bei Trumpf begonnen. Softwareentwicklung bei Trumpf macht für mich spannend, dass es jetzt durch Industrie 4.0 in ganz neue Richtungen geht. Jetzt neu dazugekommen eine Tochtergesellschaft von Trumpf, Axum, die voll den Bereich Industrie 4.0 entwickelt. Web-Oberfläche, Vernetzung der Maschinen, ist auf jeden Fall sehr spannend. Was ich sehr an Trumpf schätze, ist, dass man direkt von Anfang an eigene Projekte bekommt, eigene Verantwortung übernimmt und damit auch zeigen kann, was man drauf hat und wenn dann natürlich am Ende das fertige Projekt dasteht, welches dann auch produktiv eingesetzt wird, ist ein cooles Gefühl. Nach meinem Studium habe ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag, ich werde auf jeden Fall übernommen. Allerdings möchte ich auch noch eine Weltreise machen und da bietet Trumpf tolle Möglichkeiten, wie zum Beispiel Sabbatical. Gerade auch in dem familiären oder ich sage jetzt mal freundschaftlichen Umfeld liefert man am Ende ein besseres Arbeitsergebnis ab, aber für einen selber ist es natürlich auch viel, viel angenehmer so zu arbeiten. Ich bin Maurice Hieronymus und ich mache ein duales Studium als angewandter Informatiker bei Trumpf und das ist mein Weg.